Die besten Filme aller Zeiten. Schließen Sie bitte die Augen. Vermeiden Sie jede unnötige Erregung. Und sagen Sie immer nur die Wahrheit. In der Zeit des kalten Krieges. Auf der Spur einer unglaublichen Wahrheit. Haben Sie jetzt wahr? Verflucht doch alles, ob ich Angst habe. Sean Connery. Michel Pfeiffer. Nach dem Bestseller von Jean Le Carré. Das Russlandhaus. Am Freitag um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Kabel 1. Alles Gute.